hallo liebe leute heute eine weitere geschenkidee und was haben wir hier schönes meine moskau mule becher wow 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 kann ich da nur sagen und ja das sagen die gäste auch wow 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 also nicht nur für moskau mule lohnt sich dieser becher sondern auch für alle anderen getränke also ich bereite da auch immer sehr gerne cocktails zu gerade für wenn wir auf der terrasse sitzen für die terrasse draußen dann ist manchmal so vom feeling her ja auch so ein messingbecher doch interessanter als wenn man halt mit so einem glasbecher auf der terrasse sitzt und angst hat dass das ding umfällt na gut aber das muss jeder selber wissen also ich will euch das jetzt hier nicht für die terrasse heiß reden sondern einfach für eure für euch für eure gäste für eure küche das sieht einfach cool aus ist meine meinung ich bin ohnehin so ein fan von kupfer und chrom wisst ihr ja habe ich ja schon mal erwähnt und in diesem fall ist das meine empfehlung für eure küche für eure getränke für eure gäste für euer wohlfühlfaktor vielen dank für eure aufmerksamkeit